Mein Name ist Thomas Schradler. Ich finde, jeder sollte Sport treiben, weil es einfach gesund ist. Ich bin die Lorina Heimdrich und ich trainiere im TSV Schönau in der Abteilung Basketball. Ja, es ist einfach der Zusammenhalt im ganzen Verein und man merkt halt, dass man Mitglied von vielen ist. Mein Name ist Jörg Nimzig. Ich bin im Verein im TSV Schönau. Ich bin dort der Turnabteilungsleiter und der Übungsleiter für eine Männerfreizeitsportgruppe und eine Kindergerätegruppe. Ich weiß, dass es viel Ehrenamt ist oder eigentlich nur Ehrenamt. Und da muss man dankbar sein, wird auch unterbewertet, das Ehrenamt. Viele, viele Stunden habe meine Eltern am Ehrenamt, den Verein betreut, meine Mutter im Kinderturnen, mein Papa heute noch als Trainer. Dass sie sehr vielseitig ist, dass sie für alle Altersklassen was bietet und dass es dort eine sehr gute Kameradschaft innerhalb des Vereins gibt. Aber natürlich muss Anreize geben und den Sport attraktiv machen. Und dazu zählen dann solche Vereine wie hier wirklich aus dem Ursprung des Sports, so wie ich groß geworden bin. Und so soll es sein. Aber hauptsächlich Spaß am Sport, Spaß an der Bewegung. Am besten in eine Gruppe reingehen, dann macht es noch mehr Spaß. Mein Name ist Buzice Skrabanek, ich bin beim RMS Fahrrad Neudorf Trainerin, weil sie da ganz viel Spaß haben und auch ganz toll was lernen können. Ich bin Karl-Heinz Herion, ich bin im Schützenverein Schönau und habe die Bedaille gekriegt für EWF für Schiessen. Carola Werther, ich habe für 50-jährige Blutspenden eine Bedaille bekommen. Das lohnt sich immer und es ist sehr wichtig. Erst wenn man mal krank wird, kann man das verstehen. Und ich würde es jedem empfehlen. Ich bin die Jessica Skrabanek, ich trainiere im RMSV als Neudorf, Neela Rossnagel und ich bin auch im RMSV und auch Wolfgang Sklau. Hat Spaß macht, weil wir eine gute Teamgemeinschaft haben. Wir feiern auch viel zusammen, haben Spaß zusammen. Ausdauer soll jemand haben und Körperspannung. Man ist stolz und glücklich und zufrieden, dass es es gelohnt hat, so viel zu trainieren. Also Mädels und Jungs natürlich auch, kommt vorbei, habt ganz viel Spaß dabei. Dienstag von 15 bis 16 Uhr in der Sportanat Neudorf. Ich bin in Schönau geboren hier. Ich werde von Schönau nie weggehen. Ich liebe Schönau.